Mittwoch, Bergfest in der GIGA-Redaktion, weitere Highlights sind natürlich die heutigen Themen, die erfahrt ihr nach dem Intro. Grüße Leute, mein Name ist Robert von GIGATEG, willkommen zum Tech-Täglich vom 23. Januar 2019. Wir starten heute mal ausnahmsweise im Apple-Ressort, dort gibt es nämlich eine weitere Meldung zum iPhone-Verkaufsverbot. Und beziehungsweise hat sich der gute Sebastian mal hingesetzt und sich gedacht, na was hat denn dieses tolle Verkaufsverbot denn eigentlich für Auswirkungen auf die Drittanbieter und auf die anderen Händler? Weil, wie wir wissen, Apple darf selber jetzt diese alten iPhones, also darunter zählt das iPhone 7, das iPhone 8 und das iPhone X nicht mehr direkt selber verkaufen, weder lokal in den Apple-Stores noch online. Drittanbieter dürfen das aber anscheinend noch. Grund dafür übrigens, warum dieses Verkaufsverbot überhaupt erwirkt wurde, ist eine Patentverletzung. Da hat Qualcomm gegen geklagt und hat dadurch halt dieses Verkaufsverbot erwürgt. Und Sebastian hat sich jetzt mal beim offiziellen Reseller Gravis gemeldet und denen mal drei Fragen gestellt, wie das bei denen denn jetzt nach diesem Verkaufsverbot eigentlich aussieht. Erste Frage war, werden die alten Modelle denn überhaupt noch gekauft? Also gibt es da überhaupt noch eine Nachfrage für? Und da antwortete der Geschäftsführer von Gravis, ja, werden sie. Und erstaunlicherweise, also was mich zumindest überrascht hat, ist, dass die Nachfrage auch nach diesem Verkaufsverbot nicht gestiegen oder gesunken ist. Also ich hätte ja echt erwartet, dass nach der Meldung, dass die iPhones nicht mehr verkauft werden dürfen, sich dann Leute total den Kram einhamstern und den dann versuchen, auf Ebay für horrende Preise zu verkloppen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Des Weiteren haben wir ja eben die Frage gestellt, stellt man sich denn generell auf einen Verkaufsstab auch für Drittanbieter ein? Da kann er natürlich nicht für alle Drittanbieter sprechen, aber da wurde uns gesagt, man hat generell die Lager nie zum Bärsten gefüllt mit solchen Geräten, sondern versucht immer nur so, sich an der aktuellen Nachfrage zu orientieren, was die Lagerbestände angeht. Aktuell rechnet man jedoch nicht damit, dass ein Verkaufsverbot auch für Drittanbieter erwirkt wird, beziehungsweise Apple die Geräte zurückzieht. Und dann war natürlich auch noch eine Frage, wird die Nachfrage zu neuen iPhones denn steigen, wenn die alten aus dem Programm genommen sind? Ja, Entschuldigung, die Nachfrage nach neuen iPhones. Kram an Nazi Frank wieder unterwegs. Frank ist ein elender Klugscheißer. Und das war Amirs Beitrag zum Tech täglich. Und da wurde uns dann gesagt, dass sowieso schon die aktuellen Modelle, also das iPhone XS, das iPhone XS Max und das iPhone XR die beliebtesten Geräte sind. Aktuell sich aber auch noch das iPhone 8 verkauft. Aber man wisse gerade nicht, wie sich das dann shiften würde. Aber es würde ja Sinn machen, grundsätzlich, dass dann die Nachfrage an den neuen iPhone steigen würde. Denn uns wurde zusätzlich auch noch gesagt, dass die Kunden sich anscheinend erst dafür entscheiden, dass sie iOS nutzen wollen. Und dann suchen sie sich das passende Gerät aus dem dort zur Verfügung stehenden Portfolio aus. Und wenn halt die anderen Geräte weg sind, dann nehmen sie sich wahrscheinlich halt einfach ein neues. So, also nochmal grob zusammengefasst für euch. Man rechnet aktuell nicht mit einem Rückruf der Geräte von den Drittanbietern. Und die Nachfrage nach alten Geräten ist trotz des Verkaufsstops nicht gestiegen. Erstaunlicherweise, wie gesagt. So, was entgegen steigen könnte, ist die Nachfrage an 5G-Netz. Klar. Habe ich diesmal wirklich wieder von gesagt? Meine Güte, ey. Dankeschön. Auf jeden Fall, 5G-Netz wird wahrscheinlich in Deutschland hoffentlich in den nächsten Jahren etwas interessanter werden und auch ausgebaut werden. Wir hatten ja schon vor ein paar Tagen schon mal die Meldung, dass die Telekom sich auch dafür einsetzt und vor allem in Berlin oder Berlin als Teststandort für das 5G-Netz auserkoren hat. Das Ganze wird bundesweit anscheinend erst 2021 ausgerollt, aber Berlin will da eine Vorreiterrolle einnehmen. Und deswegen testet das die Telekom einfach schon mal. Unter anderem in Adlershof, was ich sehr schön finde. Daher ich da wohne. Dann brauchst du ja immer ein Telefon und einen Vertrag für 5G. Ja, bin ich echt mal gespannt. Also wenn wir irgendwann mal ein 5G-Telefon dann haben, kann ich das ja dann mal bei uns testen. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Wir fahren extra nach Adlershof, nur um zu sehen, wie toll. Oh ja, Klassenfahrt mit Gigatech nach Adlershof. Toll. Ich bin echt erstaunt, dass das überhaupt noch zu Berlin zählt. Aber egal. Entschuldigung. Zurück zum Thema. Die Telekom hat sich jetzt nämlich noch mal zu dem ganzen Kram geäußert und hat gesagt, es sind, also sie haben nicht jetzt erst den Ausbau gestartet, sondern es sind bereits 50 Antennen, 5G-Antennen im Einsatz. Und die senden anscheinend sogar schon. Und das hat einen ganz trivialen Grund. Man will letzten Endes testen, wie denn jetzt 4G-Netz, also LTE-Netz und 5G-Netz anscheinend miteinander harmonieren, beziehungsweise sich gegenseitig interferieren, also stören. Ähm, genau. Das ist anscheinend gerade so deren Testaufbau. Sie haben aber wohl nicht die Bundesnetzagentur erfahren, dass die jetzt schon, ohne überhaupt eine Lizenz verbaut zu haben, schon 5G sind. Oh Gott. Shit. Wenn dir das Telekom-Netz ausfällt, dann wirst du, woran es liegt. Genau. Dann hat die Bundesnetzagentur den Bannhammer geschwungen. Die Telekom rausgehauen. Ähm, genau. Ähm, das Weitere hat die Telekom gesagt, man will, äh, man will auch zukünftig noch in anderen, ähm, Städten das Netz ausbauen und testen, unter anderem halt in Darmstadt. Aber der Schwerpunkt des 5G-Netz-Ausbaus soll vor allem im ländlichen Raum liegen, auf Autobahnen, Bundesstraßen und Zugstrecken. Was ich sehr geil finden würde, denn, äh, ich weiß nur immer, dass ich auf meinen Fahrten, wenn ich dann mal Zug fahre mit dem ICE oder sei es auch nur mit dem RA oder so, du hast ständig Netzabbrüche. Es ist so zum Kotzen. Oh, und dann hast du im ICE auch noch, dann hast du WLAN und dann hast du aber WLAN so gefühlt mit ESDN-Geschwindigkeit. Es ist alles so zum Kotzen. Also das fände ich echt super. So. Ähm, was ich auch super finde, wunderbare Brücke, ist die Meldung aus dem Android-Ressort. Dort gibt es nämlich, oder finde ich das gar nicht so super? Egal. Wir ziehen das jetzt durch. Äh, da gibt es nämlich eine Weltneuheit aus China und zwar ein Smartphone, was komplett auf Tasten und Anschlüsse verzichtet. Und während ich diese Meldung so lese, denke ich mir, das finde ich doch eigentlich gar nicht so super. Egal. Der Hersteller Meizu hat, äh, sein neues Meizu Zero vorgestellt. Ach, die gibt's noch? Ja. Ja, die haben doch, haben die nicht letztens irgendwie so ein Budget, ähm, eine Budget-Alternative für das S9 schon vorgestellt gehabt? Was irgendwie damals schon, also vor ein paar Monaten hat das schon so 430 Euro oder so nur gekostet. Ja, so gefühlt, äh, war Meizu so 2011, 2012 fing das an und dann bis 2015, 16 und danach nicht mehr von New York. Ah, okay. Aber wenn es sie noch gibt, interessant. Ja, wahrscheinlich ist das wieder so eine Nischenmarke, die vor allem in, äh, drüben, in Asien sehr gefragt ist. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ähm, so, aber wir reden jetzt über das Meizu Zero, das neue Gerät im Programm des Herstellers. Ähm, das hat nämlich wirklich keine einzige echte haptische Taste. Und außerdem keinen einzigen Anschluss. Also wirklich, wir haben keine Lautstärkewippe, wir haben keinen Powerknopf. Wir haben, ähm, keinen USB-Typ-C-Anschluss, also keinen Ladeanschluss. Und wer hätte es gedacht, surprise, surprise, wir haben natürlich auch keine Klinkenboxe. Ähm, äh, irre, oder? Ähm, stattdessen setzt das Smartphone anscheinend auf berührungsempfindliche virtuelle Tasten, die halt an der Seite des Smartphones angebracht sind. Ähm, die gibt's, äh, also es gibt anscheinend sowohl die Lautstärkewippe als auch den Powerknopf, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Das heißt, man kann das Ding anscheinend auch auf den Kopf stellen und immer noch, äh, gleich bedienen. Zumindest schreiben wir das so in unserem Artikel. Ähm, geladen wird, wer hätte es gedacht, dann ausschließlich natürlich kabellos per Ladematte. Die liegen zum Glück dem Gerät bei, oder soll zumindest bei liegen. Ähm, und mit 18 Watt Leistung oder 18 Watt Ladeleistung auch relativ flott sein. Ähm, was den Akku angeht, da wissen wir noch nicht zur Kapazität. Was wir aber schon sagen können, ist, dass das Gerät ein Snapdragon 845 haben soll. Also, äh, vielleicht nicht mehr dann das topaktuellste Modell, wenn es dann mal auf den Markt kommt. Der Snapdragon 855 ist ja so langsam schon im Kommen. Ähm, des Weiteren sind zwei Sony-Kameras auf der Rückseite im Einsatz mit einmal 20 Megapixel und einmal 12 Megapixel Auflösung. Finde ich erstaunlich. Ähm, wir haben einen Fingerabdrucksensor, der im Display selber drinne steckt. IP68-Zertifizierung soll es haben. Wer hätte es gedacht, bei so einem Gerät, was halt absolut keine Anschlüsse hat, macht das ja auch Sinn. Äh, was ich hingegen sehr spannend finde, ist, es hat auch nicht mal einen SIM-Karten, Leute. Also, das Ding soll anscheinend wirklich nur über eSIM funktionieren. Weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, kann mir gut vorstellen, dass sich da der Kundenkreis deutlich weiter zusammenschließt, aber was soll's. Ähm, was ebenso erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass das Gerät zwar schon öffentlich vorgestellt wurde, ist bislang aber anscheinend nur ein Konzept ist. Also, wir wissen weder, wann das Teil erscheinen soll, noch wissen wir den Preis. Das steht alles noch komplett in den Sternen und anscheinend sind auch bislang noch, also verkaufsfertige Geräte oder so gibt es noch gar nicht. So, wo wir ebenfalls nicht den Release-Termin wissen, ist von der Qi-Ladematte. Da gibt es nämlich eine Meldung im Apple-Ressort, also noch nicht wissen wir das leider. Ist nicht Qi. Nicht Qi? Nee, ist was anderes. Oh, okay, dann musst du mal dem Sven auf die Finger hauen. Da steht nämlich in der Headline, Produktion der Qi-Ladematte gestartet. Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Letzte Woche gab es ja schon Berichte, dass Apple anscheinend noch Ende diesem Monat die Produktion der Ladematten starten soll. Und das scheint zu stimmen. Zumindest hat das Insider-Magazin Digi-Times, ja, Digi-Times, diese Meldung gestätigt. Und zwar beruft sie sich auf Insider-Informationen von Apples Lieferanten, die gesagt haben, dass die Bestellmenge von sogenannten Brückengleichrichtern zugenommen hat. Und die werden dazu benötigt, um Wechselspannung in Gleichspannung umzuwandeln. Gleich auch nochmal einen Bildungsauftrag erfüllt. Das hat Sven sehr gut gemacht, muss man ja mal sagen. Leider hat das Insider-Magazin nicht herausgefunden, was das nun zum Verkaufsstort eigentlich sagt. Also wir haben immer noch keinen Termin, aber es ist davon auszugehen, dass das jetzt nicht heißt, okay, Ende Januar fängt die Produktion an, also gehen die Februar damit in den Verkauf. Ich denke mal, ihr könnt eher damit rechnen, dass das jetzt noch so, also ich würde jetzt mal so schätzen, so ein, zwei Monate oder so, werden sie die Produktion in Ruhe laufen lassen, damit sie sich einen vernünftigen Lagerbestand erstmal ansammeln können. Damit sie dann, wenn sie es veröffentlichen, genug Geräte auf Lager haben, um dem ganzen Ansturm der Kunden gerecht zu werden. Ja, aber mehr wissen wir dazu leider auch nicht. Sollten wir neue Informationen dazu haben, lassen wir es euch natürlich wissen. War das jetzt schon alles? Ja, erstaunlich. Das waren schon die Tech-Themen des heutigen Tages. Wir springen in die Zuschauer-Kommentare. Da schreibt der gute IceModsPT. Hoffentlich wird die Zuschauerfrage beim nächsten Tech täglich auch aufgelöst. Danke für die Erinnerung. Ich habe mir die mal angeguckt. Die Umfrage von gestern lautete, welche Umfrage war denn überhaupt am besten? Da gab es zur Auswahl letztens die oder eine von damals oder die eine, die so gut war und zuletzt alle geil. Auf dem letzten Platz mit 5% letztens die. Auf Platz 3 ist eine von damals gelandet. Auf Platz 2 alle geil mit 27% und der absolute Spitzenreiter mit 57%, also wirklich eine absoluten Mehrheit. Die eine, die so gut war. Die fand ich auch gut. So. Zweiter Kommentar von Misei Nohara. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, kannst du es mir gerne sagen. Bitte? Wenn ich recht. Ja, das stimmt. Allerdings. So. Samsung sollte mal für den Tab S4 Nachfolger mit 8 GB RAM oder mehr, sollte, okay, da ist, grammatikalisch gibt es ein paar Probleme. Ich versuche das jetzt mal so grob zusammenfassen. Herausforderungen. Herausforderungen, genau. Es gibt nur grammatikalische Herausforderungen. Also der Tab S4 Nachfolger sollte in ihren Augen mal 8 GB RAM oder mehr haben, denn es ist schon ganz schön frustrierend für sie, wenn man gerade dabei ist, eine komplexe Vektorgrafik zu erarbeiten und mit hunderten Elementen arbeitet und das Ding auf einmal abstürzt, weil der RAM halt vollgelaufen ist. Was mich viel mehr interessieren würde, wer erstellt denn komplexe Vektorgrafiken auf einem Android-Tablet? Ganz ehrlich. Also die Dinger sind jetzt nicht gerade, also zumindest in meinen Augen, nicht für Produktivität oder dengleichen geschaffen. Ist nur meine Meinung. Also ich würde, mit sowas würde ich nicht an einem Laptop arbeiten, äh, mit sowas würde ich nicht an einem Tablet arbeiten wollen. Da würde ich dann doch lieber einen etwas leistungsstärkeren Laptop oder von mir aus auch einen Surface bevorzugen, aber doch nicht auf einem Android-Tablet. Ganz ehrlich. Es gibt ja nicht nur die billigen Dinger, es gibt auch tolle, große, teure von Samsung. Ja, aber das ist es ja gerade. Sie hat ja schon. Das S4 meinte sie, da läuft schon der RAM vor und dann stürzt der Kram schon ab. Also auch die App einfach schlecht probieren. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht liegt es auch in der App. Ähm, ja, aber... Wenn es illustriertet von Adobe ist, liegt es auf jeden Fall an der App. Severin sagt gerade... Es gibt doch Inkscape, ne? Aber gibt es auch in der Android-Person? Bitte? Gibt es Inkscape für Android? Keinen Plan, du. Wiss ich echt nicht. Also Frank empfiehlt Inkscape anscheinend und Severin sagt... Ich fülle mich gar nicht auf mit. Severin sagt alles, nur nicht Adobe Illustrator. So. Gut. Und nun zum letzten Kommentar von SHM oder SHM. Habt ihr keine bessere Musik gefunden? Nein, haben wir nicht, weil es keine gibt. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem Musikwunsch. Alexa, spiele Unrockbar von Die Ärzte. Also, besser mit der Ehre und Schminauze sich- Vielen Dank! aquela... its mir...